so schöne grüße aus berlin wir sind jetzt hier im game over in berlin am nollendorfplatz jetzt zeige ich euch mal was die installation sind total irre ihr erschrubbt ihr das eisen hier alles automatisch aber jetzt kommt gleich das schärfste hier da muss ich gleich noch mal die position wechseln das ist marianne und die installation sie tritt jetzt friedrich in den arsch aber so vom fangen was haltet ihr davon mega oder ja ich habe jetzt leider zu wenig licht das ist hier natürlich so backroom hier und das ist einfach mal schön zu sehen da freuen sich die damen wieder ja er alle schwarzer würde auch sagen jetzt sind verendlich emanzipiert ja ich bin begeistert jetzt das ist ja der hammer und hier ist die gitarre spielt von alleine